Was Sie uns als Gast hier heute behehrt haben, wir haben als dreieinste Rutsch präsent für unser ganzer Ebenzoffel mit persönlicher Wittung. Ich hoffe, wir haben eine Schäuble ausgerichtet. In jedem Stadtsprosthof ist ein Familienunternehmen im Sinne für den Wehrbetreibenden und muss den Bürgern ins Land und uns auch nicht leben lassen und an einem Familienbetrieb, in dem es den Großrauf seit 150 Jahren gibt, die rösten heute noch Kaffee, etwas Ordinelles zu besorgen und wir uns den Kaffeeboden drin und die rösten erwachsenen Kaffee, die wechseln und ich denke, dass das ein sehr starker Verlacht hat, wird sich sicherlich noch eine gute und ich wünsche Ihnen eine gute Minute und ich wünsche Ihnen eine gute Minute. Vielen Dank. Applaus Mein Kollege, ich denke, es ist natürlich ein gegebener Anlass, ab Mitte vom CDU-Verstand, und dann ist es häufig so, dass wir es gemeinsam schaffen, die Nationale Löhne zu singen. Ich weiß nicht, ob wir auch einen Chor wieder anbieten sind, ich würde mich freuen und das gemeinsam versuche, mein Grau und der, ich kann anbieten. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, da lasst uns alle streben, Brüderlich mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit, Sinn des Glückes und Erfahnd. Blühe im Ganzen dieses Glückes, Blühe deutsches Vaterland. Blühe im Ganzen dieses Glückes, Blühe deutsches Vaterland. Ich bedanke mich herzlich für den Ruf.